Thomas Götz ist da. Guten Tag, Thomas Götz. Guten Tag, Thomas Götz. Schlagzeuger der Beatstakes. Wir sind in der dritten Folge. Es gibt schon Folge 1 und 2. iTunes, YouTube, Spotify. Wenn ihr die verpasst habt, irgendwie sehr gerne. Dort findet ihr schon den Podcast Totze und den Podcast Bernd. Und heute also Podcast Thomas Götze. Wie geht's dir? Du bist gerade sehr viel Fahrrad gefahren. Ich bin gerade mit dem Fahrrad hergefahren. Ich habe ein sehr schnelles Fahrrad. Aber ich war eigentlich mit Thorsten Scholz unterwegs und wir sind gerade noch im Schallplattenladen. Deswegen bin ich zu spät, weil wir haben ja noch Schallplatten angehört, kurz. Welche Schallplatten ihr da gehört habt, das hören wir gleich. Ich habe nicht die Antwort. Aber ich habe ein Plan. Ja, ja. Geht ihr öfter zusammen mit Plattenlinnen? Wir treffen uns zufällig öfters bei Hip-Hop-Vinyl. Das darf man eigentlich nicht sagen. Doch bei uns, beim großen Klamotten- und Schallplattenhändler HHV treffen wir uns ab und zu. Weil die sind gut sortiert. Da hat man dann entweder was bestellt oder man will sich Analog-Afrika-Compilations anhören oder irgendwelche Alpha-Drums-Compilations. Und also eigentlich haben die echt schöne Sachen. Die haben viele Organic Beats. Das ist das über 40-fach im Schallplattenladen. Organic Beats? Ja. Das ist dann so Weltmusik. Und so Platten, die schon so alt sind. Also die halt damals in den 60ern. Weltmusik wird ja gar nicht neu gespielt, sondern es wird nur ganz altes Zeug wieder veröffentlicht. Was ist denn, sag mal so, damit wir irgendwie wissen, so ein Song, was ist denn so Weltmusik eigentlich? Weltmusik ist Analog-Afrika-Compilations auf jeden Fall lang da. Also viel Trommel. Und so von, das geht von Yusundur bis Fela Kuti. Das ist ein weites Feld. Ein Drongo aus dem Senegal ist ganz heißer Scheiß. Geil. Und hast du irgendwas mitgehört, irgendwas geholt? Ja, Analog-Afrika. Dann The Return of the 37th Chamber von Aerie Michaels Band, glaube ich. Das ist auch Organic Beats. Meistens ist es dann auch instrumental und mit Jazz und so. Also ist nix für Junge. Jazz. Aber das heißt, haben wir in der letzten Folge schon gehört. Bernd hat mal erzählt, was er alles so für Einflüsse hat. Die musikalische Bandbreite ist bei dir wahrscheinlich auch riesig, was du irgendwie hörst. Nein, ich glaube eigentlich eher so durchschnittsmäßig. Man müsste ja eigentlich sagen, wir hören so viel unterschiedliches Zeug und das findet ihr alles in unseren Liedern wieder. Aber irgendwie, weiß ich auch nicht, keine Ahnung. Das bisschen Afrika macht noch keinen breit gefächerten Musikgeschmack. Hörst du dann was? Rock oder Punk oder auch elektronische Musik? Elektronik, wenn es nicht zu sehr also auch und mit Punk bin ich auch viel also ich habe ich habe vielleicht früher zu viel Punk gehört. Hattest du so eine Phase, wo du Ja, die kam gleich nach der Classic Rock Phase. Du warst erst eine Classic? Ja, man also erst war es Deep Purple und dann erst Slime. Okay. Und was war vor Deep Purple? Nichts oder? Ne, nichts war schon obwohl nichts könnte auch so ein Hit also hier ich fahre Taxi der Job ist mies das könnte auch oder lieber Gott ich wünsche mir so meine Stimme im Radio könnte auch noch vor Deep Purple eigentlich gewesen sein. Also ich meine als Kind so dann hört man erst mal das was die Eltern hören da kriegt man sowas mit wo man dann da weiß man noch nicht ob es gut oder schlecht man hört es einfach Kirchenmusik Ja, echt Kirchenmusik? Viel Kirchenmusik Aber ist ja eigentlich das Schlechteste oder man sagt doch immer Kirchenmusik ist gut Ich war aber zu oft in der Kirche Nur zu musizieren oder auch? Ne, wegen der Kirche und da lief aber auch da wird ja dann georgelt Mein Papa saß an der Orgel und deswegen musste ich und ich war vorne in der Bank vor die Jungen halt Naja Und da hast du mal im Chor gesungen? Ne, ich habe im Jugendchor gesungen weil mein Papa da dirigiert hat musste ich da auch mitmachen wie bei der Kirche und dann aber da hatte ich eigentlich nicht so Bock und dann hat der irgendwann angefangen da hat er sich in der Songauswahl vertan und das war meine Chance zum Abspringen also der hat er meinte dass jetzt der Jugendchor von dem Dorf irgendein Lied singen wollte wie die blauen Dragoner oder also sowas Sag mir, was ist das so? Also ich weiß gar nicht ob das die blauen Dragoner waren aber es war auf jeden Fall ein Soldatenlied also offensichtlich ich weiß nicht ob es wirklich ein Soldatenlied war aber auf jeden Fall kamen Soldaten in dem Lied vor und da jetzt bei uns so Cruise Missiles Raketen stationiert waren im Kaff Wo bist du? In welcher Gegend? Nein, in dem Dorf auf der Schwäbischen Alb das war so eine gleichzeitig so eine amerikanische Garnison und da wurden so da gab es immer Ostermärsche und da hat immer ein Liedermacher gespielt und dann kam Heinrich Böll weil er die Kasane blockieren wollte und das war natürlich meine das war mein Plus weil dann hier Friedensbewegung und mit Soldatenlieder mache ich nicht mit und dann bin ich ausgetreten und das war mein Grund da konnte ich dann endlich dann immer ins Jugendhaus Das ist politisch vorgeschoben um nicht mehr vorsiegen zu müssen Natürlich ich singe keine Soldatenlieder ich singe auch nicht die Nationalnieder obwohl ich die bei meinem Papa lernen musste weil ich hatte bei ihm Musikunterricht das war mein Problem Ach er war auch noch dein Lehrer in der Schule Das kam alles zusammen Also da bist du als aber im Endeffekt muss ja dann heute dein Papa stolz auf dich sein als Kind eines Musiklehrers dann Musiker zu werden Jaja jetzt kann er nicht mehr stolz sein jetzt ist er gestorben also ich ja auch schon älter bin aber der fand das schon immer gut also der hat also komischerweise das war so eine komische Kombination aus Soldatenliedern und CDU wählen aber gleichzeitig seinem Sohn nicht vorschreiben wollen was er mal zu machen hat eigentlich war eine okay also konservative naja mit der CDU geht jetzt nicht klar aber aber eigentlich war es schon ganz okay und dann bist du aber irgendwann nach Berlin natürlich ja und dann hast du da da fing dann der Slime an oder wie ne ne Slime war früher Slime war noch schwäbische Alb auf jeden Fall und dann Heutlingen, Tübingen, Berlin und was war der Grund die Liebe oder die Musik äh Alkohol Musik ja Musik mich hat ein Freund gefragt der hat einen Schlagzeuger gesucht und die ach so echt das Musik das Musik machen ja ja das habe ich Thomas gerade getreten tut mir leid dass man hört einfach zugetreten unter dem Tisch weil es nichts nichts inhaltliches ist warte kurz es ging vordergründig ging es um Musik und da wurde ein Schlagzeuger benötigt und das war eine Band die zwei Typen die in Charlottenburg gewohnt haben Uli und Gary und die hatten die kennt ihr ja und die hatten eine Band die hieß Church of Confidence und die haben ein Schlagzeuger gebraucht und ich hatte jetzt gerade keine also keine ich war nicht in der Ausbildung und hatte jetzt nicht so viel vor und dann bin ich nach Berlin gezogen und hast du aber vorher schon ein Schlagzeug gespielt? äh teilweise okay also das war das erste Mal richtig in der Band ich musste viel viel Klavier spielen und hab aber Schlagzeug gespielt da unten in der Band da hat daher kannte der mich auch aus der Band wir haben dann mal in Berlin gespielt mit der Band und da hat er mich schon gefragt äh suche ein Schlagzeug und ich so ah okay in Tübingen war ein bisschen langweilig auf Dauer und kann man wahrscheinlich nicht so gibt es nicht so viele Möglichkeiten aufzutreten oder? wie ist denn das? Tübingen ein weiß ich nicht ein 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 Club Club oder was ist das? na es gab einen Club äh oh ich kriege einen Telefonanruf kann ich da kurz rangehen? jetzt kannst du ne das ist ein privater Empfänger achso kann ich nicht äh das ist eigentlich auch scheiße nö lass doch liegen das bringt so ein gewisses Grundsummel war ein guter Freund von mir eigentlich jetzt wo ist naja schreibst du dir SMS dann ob wir da einen Club hatten da war auch ein Jugendhaus ein gutes Jugendhaus da haben eigentlich ganz geile Banks gespielt kannst du dich noch an deinen ersten Auftritt erinnern? ja wie war das? äh sehr aufregend aber es war total klasse also es war in Stuttgart in der Röhre und äh im Vorprogramm von der Punkband das war Wahnsinn also das ist ja viel geiler als das ganze andere Leben das ich bisher hatte ja durftet ihr das Equipment von denen mit oder musstet ihr eure eigenes das ist ja auch mal so Sache oder was kommt? wir mussten das eigene Schlagzeug mitbringen was eigentlich nicht so üblich war eigentlich hieß es immer ja kleines Besteck reicht ja also dann bringt man die Fußmaschine Stöcke nicht vergessen und Snare mit und Becken aber so beim Schlagzeuger die Snare das ist Heiligtum oder? ist es? ich frage dich also ist es so dass weil ich immer merke dass so bei uns ist immer die Snare ist immer das ist so das was man gleich dann abnimmt oder was man mitnimmt oder ja oder was man mitbringen muss aber ist auch ja weiß ich nicht so richtig ich glaube es gibt ganz viele Schlagzeuger die sich ganz lange über Snare so unterhalten können aber ich kenne mich da nicht so aus naja also gibt ja große und kleine und dann gibt es irgendwie wie heißt es das was da unten ist das kann man an und ausschalten der Schnarseitenteppich ja der Schnarseitenteppich ja natürlich ja so heißt es da ist unten an der Snare so ein Schnarseitenteppich natürlich und wenn man den den kann man mit einem Hebel kann man den noch an und ausschalten ja da gibt es Abhebungen die schlechtesten sind von Ludwig und die anderen die heißen Parallelabhebungen und die sind dann ganz sensitive ja das könnt ihr dann im Katalog steht da das ist very sensitive und gut handelbar und da kann man den Sound dann also entweder macht die Snare plopp oder sie macht eigentlich macht sie dünn oder dsch dünn und wenn es dsch macht dann ist es der Schnarseitenteppich ja ich weiß es gab da wahnsinnige Diskussionen zum Beispiel Metallica hat doch irgendwann mal ein Album raus und da hat Lars Ulrich den Schnarseitenteppich dann irgendwie ausgemacht und da gab es wahnsinnige Diskussionen wie das als Metalband und gerade Metallica wie die den diesen Schnarseitenteppich ausmachen wie das weil dann hat der immer noch plong plong gemacht und das ist verbirgt dass er den wirklich ausgemacht hat ja ich bin jetzt kein Fachmann aber ich weiß es gab eine sehr große Diskussion und man hört das auch das ist ja es macht immer ding 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 ist St. Anger ja St. Anger ja und es klingt ich dachte immer ja vielleicht hätte die mal abdämpfen oder stimmen sollen also er kann bei Lars Ulrich ja auch sein man sagt doch er ist nicht so der Beste oder ich lese nur immer so ja ja unter Musikern die machen also Schlagzeuger machen sich dann oft lustig also alle machen sich lustig über Schlagzeuger und Schlagzeuger machen sich lustig über Lars Ulrich und weil jeder immer nach unten weiter treten will und weil die dann sagen dass der jetzt dann noch weniger könne als sie alle vielleicht müssen wir sagen ist der Schlagzeuger von Metallica falls wir das also ich meine ja genau und ja aber ich weiß auch nicht aber ich finde es Lars Ulrich schon also ich habe halt hörst du das als Schlagzeuger hörst du denn was wenn jetzt Leute so sagen der ist nicht so gut ich weiß jetzt nicht ob das so ein geiler Schlagzeug ist aber das ist mir auch wurscht also ich höre jetzt nicht so ja ich höre die weil der Trommler ist echt so geil das weiß ich nicht vielleicht auch nicht so wichtig achso dass man es jetzt wenn man Songs hört weil der Trommler na ich habe gerne Metallica gehört und ich habe jetzt Justice for All trotzdem gehört obwohl der Schlagzeuger vielleicht nicht so gut war und obwohl man keinen Bass gehört hat aber es war jetzt nicht so wichtig ja es geht ja auch um den Gesamtsong also man hört jetzt selten wahrscheinlich ja oder hat man den Bass nicht gehört auf Justice for All irgendwie nicht so richtig auf Justice for All ist irgendwie nicht so richtig Bass drauf aber der Schnarrseitenteppich ist dran und wahrscheinlich wurde tierisch das Schlagzeug editiert damals noch mit Band dann haben die mit Band rumgeschnitten und so bis sie die fünf Takte hatten die geil waren weiß ich nicht ob das oder ob er es am Stück durchgespielt hat kann ich nicht sagen man sagt doch oft dem Schlagzeuger und dem Bassisten einer Band eine sehr innige Verbindung zusammen weil sie sich zusammentun als die Rhythmusgruppe die werden zusammengetan die Rhythmung und dann habt ihr euch gefälligst besonders gut zu verstehen weil ihr müsst so sein das sieht man jetzt im Fernsehen gut ja im Radio aber es ist ja im Podcast das ist wenn man Finger ganz eng zusammen umzwirbelt dann ist das so ein Zeichen für tolle Freundschaft aber meistens sagt die Band den beiden dass sie das zu haben zu sein sollen und bei uns war es eigentlich Liebe auf den ersten Blick okay also da habt ihr ihr habt euch gut verstanden Thorsten behauptet immer ich hätte ihn nicht in der Band gewollt dabei war ich sein größter Fürsprecher achso man muss dazu erstimmen weil Thorsten ist ja das musste jetzt aber auch schon wieder 16, 17 Jahre dann wahrscheinlich her sein oder ist er als zweiter Bass es gab einen Bassisten vor ihm bei den Beatstacks es gab Ali vor ihm Ali Rossack der hatte dann irgendwie keinen Bock mehr und dann hat Ali gesagt na am besten kann man ja keinen Bock mehr auf Beatstacks haben na es ging um Beruf und wie jetzt dann also es war so perspektivisch gedacht wie geht es denn dann weiter und wie ist es dann wenn und Familie gründen und ist da alles unsicher und ich bin jetzt auch nicht jetzt so dass ich denke wow ich muss mir tierisch Helmut-Hatler-Licks raushören oder irgendeinen Bassisten-Licks raushören dann ja so oder und dann wollte er halt nicht mehr und dann ging es um ja und wer soll es dann machen und dann hat Ali gesagt ja am geilsten wäre eigentlich wenn Thorsten es machen würde und dann haben kanntet ihr denn vorher schon alle? Thorsten war glaube ich einer der ersten Fans so also die anderen kannten ihn auf jeden Fall schon vorher und ich habe ihn dann kennengelernt als ich in die Band kam weil Thorsten ab und zu mitfuhr und Gitarren gestimmt hat also was man Backliner nennt oder Roadie nennt also ich kann einer der besten Jobs was man so finde ich von außen von außen betrachtet ja ich finde es auch geil irgendwie ist das ein geiler Job ich habe das auch mal eine Zeit lang gemacht ich fand es welcher Band ich bin mit einer Band mitgefahren die hießen She Hat das war eine neuseeländische Band und ich bin mit denen zwei Touren gefahren eine im Vorprogramm von einer deutschen Punkband abwärts und eine Europatour mit Faith No More und das war fett ja weil als Roadie so man hat eigentlich ja nur die Vorteile man hat also klar man hat eine gewisse Verantwortung den Instrumenten und dem der Band gegenüber dass die Sachen laufen und hat aber doch auch die eine oder andere Möglichkeit um das Tourleben zu genießen ah total und wie also fast mehr wie als Musik ja ja du hast stimmt du hast ja jetzt den direkten Vergleich ja dann ist es wann hat man dann als Roadie irgendwie Feierabend oder wann feiert man ich weiß nicht also eine Tour musste ich auch noch fahren also dann durfte man nichts trinken und so musste immer noch zum Hotel kommen und so aber die Phänomentour war das Schlagaffenland war einfach okay wenn Vorband und dann wenn das Zeug eingepackt war im Bus dann war ja juhu bis zum nächsten bis zum nächsten Tag um 16 Uhr das heißt also brauchtest du dann da nach der Tour einen Erholungs einen Urlaub oder nein wo waren wir denn gerade achso ja die Verbindung auch zwischen Schlagzeuger und Bassist ja Torsti war auf jeden Fall Backliner und so so habe ich ihn kennengelernt und dann hat er ja war Aris Choice oder so also Aris sagte irgendwie das wäre cool und hat seinen Nachfolger selbst vorgeschlagen und dann haben wir einfach so angefangen zu proben mit ihm und dann war immer nach der Probe mit Arnim das Telefonat ja ich glaube läuft ganz gut und so weil Arnim irgendwie da nicht dabei war und dann eine Band ist in der Familie da muss man immer gucken und dann wurde genau dann wurden Handys eingeführt dann musste ich irgendwie plötzlich ein Handy haben und dann haben wir telefoniert und so bla 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 ja man läuft ganz gut heute war nicht so geil und morgen dann und so bla bla und dann hat er sein erstes Konzert glaube ich vor den Hosen gespielt in Bremen in der Stadthalle also er war er hat vorher ein bisschen bei Low Chains Gitarre gespielt und hat dann angefangen Bass zu lernen und da gibt es aber auch noch Aufnahmen das war seine Band Low Chains da haben wir neulich irgendwie alles klar Berlin ja Berlin der Berlin Hit und Amore Amore hieß die CD und dann sein erstes Konzert war glaube ich vor 13.000 Menschen furchtbar krass also war nicht furchtbar war toll aber ich wollte nicht das ist ja wirklich kalte Wasserwerfen ja aber hat er ja ganz das ist Showbusiness das ist no business so was gibt es nicht zweimal da musst du rauf da musst du in dem Moment musst du wissen was auf dich zukommt da musst du der Band alles geben alles geben da musst du ist das Duff McKinnon der Bassist von Guns N' Roses hat mal gesagt er er fühlt wie der Schlagzeuger tickt und meinte damit irgendwie die Bassdrum hat er so ein bisschen so erzählt davon dass so Bass und Bassdrum irgendwie schon sehr miteinander irgendwie korrespondieren und dann hat er erzählt hat er irgendwie natürlich auch man weiß nicht in welchen Sphären er sich da wieder bewegt hat aber hat er erzählt fand ich ganz interessant so ist es bei euch auch so dass man irgendwie dass diese Bassdrum also das ist die große Trommel wo man mit dem Fuß drauf tritt dass die sehr mit dem Bass irgendwie irgendwas ist da ja genau bei ganzen Roses 90er Jahre Stadionrock da ist immer der Bass knapp an der Bassdrum dran also wenn die Bassdrum macht dann macht der Bass so genau aber bei hier Organic Grooves also im über 40fach ist das nicht so weil er spielt jede Woche auf dem Bock hat und es passt trotzdem zusammen als ich seinen Polyrhythmik angesagt habe von weiß der darf mir keinen gar nichts das heißt also es ist eine Art von ist es eine Art musikalische Entwicklung reife dass sich der Bass dann auch irgendwann von der Bassdrum emanzipiert dass der sagt tschüss Bassdrum ich gehe nicht so weit ich gehe jetzt wie ein Teenager irgendwann wenn man zu seinen Eltern sagt ich habe jetzt lange genug mit euch mit euch in Urlaub gefahren ich fahre jetzt mit meinen Kumpels weg ja nee also ich fahre schon mit dir weg aber ich vielleicht fahre ich eine andere Strecke und ich respektiere aber dass du auch in Urlaub fährst ah ok und wir lassen uns vielleicht trotzdem zusammen in Urlaub fahren auch wenn wir nicht wir können zusammen Rast machen wenn der Sänger was sagt ah wenn der Sänger was sagt in der Pause ja zum Beispiel und auf der Bühne aber dann gute Miene zum bösen Spiel habt ihr da da kommuniziert er aber schon dann total wir reden ganz viel nein weiß ich nicht wir gucken er hat gestern gesagt wenn er auf die Bühne geht ist es habe ich gestern gesagt wann haben wir uns denn da getroffen wann war denn das ja doch wenn ihr auf die Bühne geht dann ist er in so einem Tunnel ja das sieht man ganz toll die bei Bernd ja jetzt ist er nicht da es ist schlimm mit dem ich kann es ja auch teils teils ich glaube man ist immer aufgeregt und aber versucht je wacher man ist je wacher und je weniger Tunnel desto besser klar ist man in einer Art Tunnel vor allem wenn es so viele Leute sind dann ist es auch 60, 70, 80,000 ich kann jetzt nicht behaupten dass bei Rock am Ring sind 80.000 Leute vor einem und das wäre ängstigend also vielleicht ist das in einem Tunnel dann auch sicherer einfach sicher sicher dann ist ein Tunnel wichtig dass man da nicht die Übersicht vor allem auch im Tunnel kann man die Übersicht nicht verlieren manchmal wird es aber ganz locker und dann sind vielleicht nur 300 Leute da und dann ist bin ich mir sicher dass Bernd nicht im Tunnel ist sind die Kleinkonzerte also sicherlich sind sie anders als die Großen kann man da irgendwie was unterscheiden oder hängt es einfach auch von dem Tag ab ob man sich gut fühlt ob es gut klappt ob der geht ja bestimmt manchmal von der Bühne runter und denkt ah heute war irgendwie komisch oder die Leute waren komisch gibt es da einen Unterschied zwischen großen und kleinen Bühnen ja wenn man ich glaube wenn wir eine Weile auf Tour sind oder wenn man das richtig annimmt dann ist es im Idealfall fast dasselbe aber bei einem kleineren Rahmen fällt es leichter mal was anderes zu spielen oder irgendwas also was dass einfach was passiert dass dann irgendwelche Sachen nach sich zieht die man jetzt bei einer großen Bühne und man hat eh Angst und dann dass man denkt naja wäre vielleicht besser es geht nach es geht einfach durch aber und dann nimmt man auch die Sachen von kleinen Konzerten und bringt die auf große und lässt in großen Konzerten kann man sowas dann auch machen ach so dass dann zum Beispiel ein Song mal anders anfängt oder ja oder dass man und dann spielt man die Strophe halt anders und dann okay dann spielen wir die Strophe halt jetzt so oder wie auch immer oder heute mal so und sowas entsteht meistens in kleinen Konzerten und wird dann rüber gerettet auf größere Konzerte Ist es als Schlagzeuger nicht auch geil diesen Soundcheck da machen zu können also Ich glaube es gibt nichts nervigeres auf der Welt als ein Schlagzeug Soundcheck Für die Leute drumherum ist es glaube ich aber wenn man jetzt bei Rock am Ring und dann diese Bassdrum plötzlich über diese riesen Anlage kommt muss man da nicht auch mal grinsen weil das ist irgendwie das ist ja eine Lautstärke die man also die Vorstellung man tritt mal so mit dem Fuß und macht so BOM Du meinst das so macht Ja irgendwie also guck mal Eier Ich weiß nicht ob das mehr als ein Jahr oder zwei Soundchecks vorhält das Gefühl Also du machst es nicht mehr wenn du jetzt auf die Bassdrum Nee also ich bin auch froh es ist schnell rum weil ich will ja eigentlich niemand nerven aber man man nerft original Menschen Gerade also das ist ja wirklich auf Festivals hört man es ja ganz auf dieses Snare dieses Peng Peng ist total nervig und dann gibt es doch auch diesen berühmten YouTube-Mitschnitt oder so von irgendeinem Soundcheck von so einer Death Metal Band oder ist es Death Angel oder ich weiß nicht mehr welche Band es ist nee nicht Death Angel Death Chuck Schallinger die Band weiß nicht wo der schreibt hey Pete can you hear your snare und er sagt ja und nach 10 Minuten okay it's okay Pete ja ja was ist ja so oder bei wahrscheinlich bei jüngeren Bands oder wenn ihr auch angefangen habt als Support Band dass beim Soundcheck dass man das vielleicht auch nimmt um überhaupt erstmal diese große Bühne zu erleben dass so eine Band dann sagt jetzt könnt ihr nochmal einen Song zusammenspielen dann spielen die da drei vier acht Songs einfach auf der Bühne beim Soundcheck habt ihr das auch ja und gehen schon voll ja aber das ist auch irgendwie schön also ich finde das ist eigentlich ein schöner Anblick wenn dann die Band beim Soundcheck schon richtig abgeht als ist schon das Konzert weil das sagt das ist nur nicht so abgebrüht und aber es gibt auch dann so ganz junge Bands die dann so ganz professionell also die so schon so voll so checkermäßig also ja okay ein bisschen Tune die kann man auch stimmen ich weiß auch nicht ja es gibt verschiedene Möglichkeiten an einen Soundcheck heranzugehen es gibt verschiedene Möglichkeiten andere seine Aufregung spüren zu lassen weil das ist eigentlich immer lustig und jetzt nicht nur bei den anderen beobachten das ja also also wenn jetzt jemand anders uns zuguckt genauso ja ein Soundcheck ein Soundcheck verrät dann doch aber sehr viel über den Zustand einer Band wahrscheinlich ja wenn es Streit gibt auch ja da ist ja wenn man sich beim Soundcheck in die Haare kriegt das ist ein guter guter Zeitpunkt um sich in die Haare zu bringen kriegt jeder mit oh ja das ist so wie wie wenn bei der Familienfeier plötzlich was explodiert so ein Streit der sich so angestaut hat genau und dann kommt der rassistische Opa mit seinen Tumsprüchen ja und so ist es dann also wenn man Soundcheck macht ja super ja wie lange gibt es euch jetzt als Band eigentlich insgesamt schon das weiß ich nicht ich habe keine Ahnung 96 seid ihr als Band schon länger zusammen als ihr auf der Welt seid das ist glaube ich so der Scheidepunkt weil man sagen kann da ist die Band exakt da ab ist jetzt spätestens Familie wie kann die Band länger da sein als ich auf der Welt bin ne wenn man jetzt was ich meine ist wenn jetzt sagen wir mal man geht mit 20 in eine Band und ist dann 50 dann war man mehr Zeit in der Band als man ohne Band genau so als man nicht in der Band ohne Band ist das jetzt eigentlich schon so ich weiß nicht ne ich bin noch knapp nicht wann ist es da soweit weiß ich nicht mit äh bisschen ich kann ja echt total gut rechnen warte mal kurz 2 und 8 6 6 7 also wenn wir jetzt wenn wir jetzt 21 Jahre alt sind dann wäre ich bei 42 äh wäre der Punkt wo dann ja ja aber jetzt bin ich ja 50 Jahre alt also wenn es die Band 26 Jahre also wenn es die Band 26 Jahre gibt ok aber dann bin ich auch schon wieder älter kannst du das mal ausrechnen das könnt ihr mal ausrechnen und uns bitte in die Kommentare schreiben und zählen die anderen Bands auch mit ne jetzt Beatstex Band also ja es gibt ja die persönliche das ist dann eher deine Musiker oder kann man andere Bands noch dazurechnen kannst du auch Lars Ulrich nochmal mit dazunehmen wie lange der schon in der Band der hat 100%ig schon der hat es schon der ältere gewinnt auf jeden Fall immer bei der Rechnerei ja aber ihr seid ja schon wie ne Familie jetzt schon also ihr braucht ja bis dahin mehr warten oder mit allem drum und dran also wenn du sagst Streit auf der Bühne wie bei auf der Familienfeier und so ups ja es ist eigentlich so es ist dann Family ja es ist wie ne Familie du hattest mal diesen äh Unfall oder sowas das war das war ne Zeit wo wo es bestimmt schwierig war für alle für dich für alle was jetzt passiert oder was ist da nochmal passiert ich bin ne Treppe runtergefallen ne ich bin ne Wendeltreppe in der Mitte runtergefallen und bin mit dem Kopf aufgekommen Gott und äh hab mir ganz viel gebrochen was aber irgendwie dann alles halb so wild war weil ich war es ging mir irgendwie dann ganz schnell wieder besser und ich hab ehrlich gesagt für mich war es nicht so schwierig weil ich hab nicht so viel nachgedacht ich dachte nur als ich äh gemerkt hab dass das dass der Arzt mir beruhigend auf die Schulter geklopft hat gesagt das wird schon wieder und als das Schmerzteam um mich herum getänzelt ist und gefragt darf es noch ein bisschen mehr sein hab ich gesagt ja und dann hab ich dachte ich ja gut wenn alles wieder gut wird gibt es doch immer in Krankenhäusern dass also die Leute die sorgen dafür dass man keine Schmerzen hat die sozusagen die haben die guten Sachen quasi genau das beste Team im Krankenhaus und und dann wusste ich ja das wird alles wieder und dann hab ich mich dafür interessiert ja wie schnell kann es denn gehen dass es wieder wird und für die anderen war es glaube ich äh glaube ich ätzend weil irgendwie ein Kumpel von ihnen die Treppe runtergefallen ist und die natürlich auch erstmal nicht wussten ob das jetzt wieder gut wird oder nicht und ich glaube das war eine blöde Zeit weil es immer blöde ist wenn einem Freund was passiert ich glaube nicht dass die so viel drüber nachgedacht haben ja scheiße unsere Karriere wir befinden uns am Scheidepunkt er hat Scheide gesagt nein also das nicht ich weiß dass Bernd irgendwie ich glaube im Krankenhaus irgendwo im Wartesaal übernachtet hat weil er es an dem Abend in der Nacht glaube ich noch rausfinden wollte wie es mit mir weitergeht aber das hat er dann irgendwie auch nicht und sonst also so jetzt das war das eine und ich glaube das war war nervig für die dann und ich glaube die haben sich dolle gefreut als sie dann gemerkt haben oh der lacht schon wieder und guck mal der Knochen steht aber komisch ab aber sonst geht es ihm ganz gut vielleicht geben sie ihm zu viel Schmerzmittel das Schmerzteam war schon wieder da und du bei dem Herrn Götz ist immer so viel Schmerzteam das Schmerzteam wäre immer zu Besuch gewesen und das ist was krumm was die alles mir geben würden was sie nicht kriegen würden und als Band war es so dass die dass es glaube ich zu einem guten Zeitpunkt passiert ist ja ja weil weil gerade also ich bin diese Treppe runtergefallen da waren wir gerade in einem DVD Schnittstudio und haben die DVD eine DVD zusammengeschnitten die wir rausgebracht haben und die hatten dadurch was zu tun also die die Band lag nicht auf Eis weil es es wurde die Arbeit ging einfach so weiter als ob es war nichts anderes dadurch im Bandalltag weil bei uns standen nicht an dass wir Proben machen sondern wir haben gerade den ganzen Sommer gespielt und haben so die Filmaufnahmen ausgewertet um die mit auf die DVD zu packen und von dem her hat sich das dann als es dann darum ging ein Lied für diese DVD zu machen ging der Arm schon wieder also achso was war es für ein Zeitraum jetzt eigentlich war es ein halbes Jahr dann ich glaube ich durfte ich glaube ich durfte ich glaube im August bin ich die Treppe runde gefallen und im März durfte ich wieder Schlagzeug spielen aber es ist ja schon ein Zeitraum auch oder also das sind ja es ist über einen Monat insgesamt aber das ist hängt oft davon ab wie sinnvoll man die Tage füllt das nämlich man kann nämlich einfach den Tag dann so passieren lassen wie der ist oder man füllt den auf mit man sagt gut ich nehme mein Leben jetzt selber in die Hand und stehe auf Kaffee trinken Serie gucken was hast du gemacht in der Zeit einholen Sachen einholen ja einholen wunderschön dann erster Entschluss unbedingt Wasser Max das mit dem Getränke schleppen mache ich auf keinen Fall dann Schallplatte anhören und wenn man den Tag so bewusst gestaltet und ja Fläschchen Wein weiß ich nicht alles was geht schnell rum dann dann ist ja und dann geht das eigentlich und dann sind die Tage dann sind die Tage gut gefüllt mit Sachen die wichtig sind für einen und da freuen sich oft auch andere dran wenn es einem dann gut geht dann ist man ja auch nach außen viel ausgeglichener freut sich die Freundin sind die ganze Verwandtschaft kommt ab und zu und sagt ist ja schön dass dir schon wieder so gut geht du bist ja richtig lustig heute und so kann man das eigentlich lange Zeit das hätte man viel länger machen können eigentlich noch ist es dann nicht schwer wieder zurückzukehren aus diesem weil der Modus klingt sehr spannend ja und dann ist wieder grauer Alltag angesagt dann muss man gucken dass man möglichst viel Serien durchgeguckt hat weil die nächsten zwei Jahre ist nichts mehr und dann ja Weinkeller leer diese Gaskartusche für diesen Auto Max Wassermax da ist ja auch immer leer muss man die wieder einholen und das halt ach was du gerade angesprochen hast so eine Band dann wenn die eine gewisse Größe hat ist schon eine Maschinerie die dann auch erstmal läuft das geht dann weil du gerade meintest es geht ja dann eh es läuft Tour ist halt fertig ihr habt gerade DVD ausgesucht und dann aber so da hängen ja dann auch viele Gewerke irgendwie dran und sowas genau da hängen eine Maschine die dann irgendwie auch erstmal ja da hängen dann Abgeordnete Angestellte dran habt ihr Angestellte echt da drin ja Abgeordnete von jeder also paritätisch besetzt jeder hat einen nee wir haben ja wir also es gibt Leute die für uns arbeiten ach ihr seid richtig Arbeitgeber wir sind Arbeitsgeber das ist ja auch in Deutschland wir sind ein mittelständisches Unternehmen das wird in Baden-Württemberg da wo ich herkomme hochgeschätzt das wird eigentlich der König von einem eigenen eigenen Bundesland wenn man jetzt aber vor allem im handwerklichen Bereich aber da kann ich gar nichts mit anfangen aber in Deutschland als Arbeitgeber da sind ja auch da kommen ja viele bürokratische Pflichten auf einen zu nee da hat man vor allem mehr Scherereien als einem lieb ist die ganzen Sozialabgaben dann steigen die Löhne ungerechtfertigterweise und dann Arbeitnehmervertretung ja habt ihr schon Betriebsrat bei euch? nee wir sind glaube ich zu klein also ein Betriebsmitglied aber das heißt ihr müsst als Band euch dann auch ab und zu treffen und so dann so Entscheidungen treffen wer entwirft den Arbeitsvertrag ja man muss ja wissen man muss ja quasi den Kurs bestimmen wohin das Schiff steuert ja unternehmische Weitsicht ist da voll das wird richtig Stolle benötigt ja und dann muss man ja wie seid ihr dann aber ihr seid ja demokratisch organisiert ne? das heißt also es muss einstimmig irgendwie was auch immer bestimmt demokratisch heißt er nicht einstimmig ach so nee die Mehrheit aber das ist eigentlich so wie ich es kenne weil wenn man so aus dem Kollektivbesen kommt dann ist man ja eigentlich dann gibt es eigentlich man muss sich gemeinsam auf was einigen aber es ist in der Band nicht so okay sehr gut weil ansonsten so ein großes Schiff das kann ja nicht immer einstimmig da muss ja auch irgendwie mal dass man sagt ne ich glaube eine einfache Mehrheit reicht oder dass jemand sagt tut mir leid aber dann wird mir schlecht wenn wir das machen dann sagen die anderen das will niemand das ist ja schlecht das ist immer so eine Art Übelkeitsveto dass jemand wirklich sagt jetzt körperlich wird es mir unwohl ich merke gerade wenn wir jetzt das für so wenig Geld dieses Konzert spielen dann wird es mir schlecht und dann sagt der andere gut dann will ich auch nicht wann musstest du das letzte Mal wegen körperlicher Unwohl sein dein Veto ich bin nur ganz selten nicht da ne ich bin eigentlich bin also Veto frei ich sage immer mir ist eh schlecht grundsätzlich ja mir geht es eh nicht so gut gut Deutschland mir ist eh mir ist eh eigentlich schlecht sondern entscheidet halt so wie er denkt dass es gut ist oder wie da steht jetzt dieses neue Album nee dann ist es schon eigentlich wieder ein bisschen so kollektiv man will nicht dass der andere zu sehr denkt oh ey was ein Scheiß was für eine Nöle also deswegen versucht man schon immer dass es für alle auch okay ist da steht dieses dieses neue Album am 1.9. kommt es raus ist yours es ist soweit ich weiß es ist weg das Baby ist weg ihr habt es verabschiedet das ist jetzt fertig man kann jetzt nicht mehr oder du kannst jetzt nicht nochmal sagen ah die Stelle die Base machen wir jetzt nochmal anders da wollte ich gerne nochmal das ist nicht das ist sozusagen da und ich kann höchstens eine abweichende Version davon veröffentlichen ach du also im Nachhinein nachgerechtig da geht ja alles online kann man so gar wie er die Welt sah du hast doch hast du nicht da wie heißt denn da gibt es doch eine Seite auch wie ich es besser gemacht hätte da ist doch irgendwie oder eine Facebook Seite warte mal jetzt kriegen wir irgendwas mit T ich weiß gar nicht von was du sprichst es gibt doch irgendein Bandprojekt oder so wie heißt das denn ich habe eine Schallplattenfirma wie heißt die Tomatenplatten Tomatenplatten und da könntest du es ja dann veröffentlichen da könnte ich die abweisende die ablehnende Sicht der Dinge abweichende Sicht der Dinge okay wir brauchen Assi den anderen gegenüber dann zu sagen so hätte es auch laufen können guck mal ist viel schlechter und wäre auch okay gewesen kannst du schon irgendwas über diese Platte also die vier Songs sind draußen vier von ein zwanzig sind vier von ein zwanzig kannst du aus der Sicht eines Schlagzeugers der dieses Album mit betreut hat ist da irgendwas was dir hängengeblieben ist ja was da irgendwas ganz schwierig gibt es da was 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 sich noch los ich weiß nicht äh hast du irgendeine Idee eine genauere Frage oder soll ich irgendwas sagen was mir zu der Platte einfällt also sagen wir mal jetzt sowas wie ähm wir haben vorhin auch so hast du von diesem schönen ähm Heavy Metal Schlagzeuger erzählt der da äh die Bassdrum Double Bass ausgepackt hat äh beim Soundcheck weiß ich nicht vielleicht ist ja plötzlich eine Double Bass drauf oder also so eine die so wäre fast eine Double Bassdrum drauf gekommen das ist dieses Heavy Metal ja drrrrrr drrrr 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 ja aber es hat es nicht geschafft wir haben keinen Text dafür geschrieben gekriegt achso oh können wir aber dann immer noch nachreichen in der abweichenden Sicht der Dinge wollte ich sagen da kann es ja dann kann ich eigentlich die Double Bassdrum freischneiden und dass ich so ohne zwei Sekunden drrrrrr das reicht ja eigentlich schon dann weiß man wo es lang geht oder so das war eine Demo von Torsten und wir haben keinen Text äh dafür äh geschrieben es hieß Dip und äh vielleicht braucht jemand ein Stück mit einer Double Bassdrum wir hätten eins übrig naja du hast doch hast du junge Schützlinge in deiner Plattenfirma äh äh ich hab äh äh eine Band ich hab eine Band nicht unter Vertrag genommen aber ich veröffentliche äh bald eine Band äh eine Berliner Band die heißen Die Tunnel Tunnel Die Tunnel naja wie den Tunnel über den wir vorhin gesprochen haben genau und äh 15. September wir haben die Veröffentlichung direkt nach die Bizexplatte wir hoffen da im Schlepptau dass da von den Tunneln sich auch noch was verkauft aber die ich hab ganz ich hab aber ganz ne die sind nicht so Double Bassdrum affin ich hab ganz viele Erinnerungen jetzt an die Platte weil das ist ja noch so kurz her ich also was ich viel mit der Platte verbinde ist äh im Schaltraum aufgenommen zu haben ein Studio in ein im äh Funkhaus in der Lepa Straße im alten DDR Habt ihr da nicht schon mal irgendwie was gemacht? Da haben wir immer wieder aufgenommen und ich bin da richtig also also es wurde fast meine zweite Wohnung der äh das Studio ich verstand mich mit dem Studiobetreiber mit Tom Schwoll sehr gut Ist ja auch ein Musiker und wir haben das ja auch ein Musiker von äh äh spielt bei Es war Mord Skeptiker hat früher bei Jingo de Lange gespielt Punkinstanz der hat bei unserer Platte auch mitingeniert und da aufzunehmen war irgendwie immer schön weil ich total gern da draußen war für alle die irgendwie nicht aus Berlin kommen das ist ein historisch und wahnsinnig auch optisch einfach schon krasser Ort weil es so es also man hat das Gefühl wenn man vorbeifährt manchmal es zerfällt tut es aber irgendwie nicht da drin wird Musik gemacht da drin wird immer noch Musik gemacht auch wenn der weiß ich halt nicht wie lange das noch so geht aber es gibt eigentlich so in West-Berlin gibt es ein Haus des Rundfunks in der Theodor-Heuss-Allee ich glaube es wurde Masuren-Allee Masuren-Allee ich glaube es wurde 1926 erbaut und man muss sich das so vorstellen in diesem Haus des Rundfunks in West-Berlin ist für jede Aufnahmesituation der entsprechende Aufnahmeraum also es gibt diesen Raum wo die Hallzeit also die Zeit in der die der Ton der einzelne Ton braucht um zu verklingen 0,7 Sekunden ist dann gibt es den großen Orchester-Saal mit einer zweisekündigen sage ich jetzt mal so Haltzeit dann gibt es den Big-Band-Saal wo Harald Junke und Paul Kuhn dann immer ihre Big-Band-Sessions abgezogen haben und dann im Orchester-Saal gibt es dann quasi die Wand aus Holz die kann man dann plötzlich umdrehen dann ist es eine Lederwand und so gibt es für jede für jede Aufnahmesituation gibt es den entsprechenden Raum und 1954 glaube ich hat sich die DDR gesagt die damalige DDR wir machen genau dasselbe nur viel 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 besser weil es waren ja irgendwie über fünf Jahre vergangen seit 1926 und die hatten natürlich technisch viel mehr Möglichkeiten und dann haben die es wirklich gemacht und also genauso wie sie es gesagt haben sie haben es einfach viel besser gemacht und dort wurde zu DDR-Zeiten wurde dort die Radiosendung produziert und eben viele Schallplatten auch aufgenommen ich glaube dass die DDR-Rock Deutschrockgrößen da dann auch aufgenommen haben es wurden ganz viele tolle über 40 Jazzplatten aufgenommen von einem Toningenieur namens Klaus Kühn wenn irgendjemand weiß wie man den kontaktieren kann dann sagt bitte mir Bescheid und und da gibt es auch ein Orchester-Saal und da gibt es das P4 wo die Swans aufgenommen haben dann gibt es den Saal wo Phoenix aufgenommen haben und die Scorpions haben natürlich auch aufgenommen mit Orchester und dort sind inzwischen auch ganz viele Konzerte und dort haben wir halt auch aufgenommen und das ist schon so ein ganz besonderer Ort finde ich jetzt für so Aufnahmen in Berlin gibt es auch das Hansa-Studio natürlich das dann durch David Bowie berühmt wurde oder durch viele andere Platten und so ist das Funkhaus wir haben mal im Hansa-Studio gemischt und zwar Demons Galore die Single von Nemo Messiah und so wie das Haus halt seine Geschichte hat und so tierisch interessante Geschichten hat so hat halt dieses Funkhaus Nalepa Straße auch seine Geschichten ist architektonisch Hammer wunderschön und habt ihr da alle Songs oder da haben wir glaube ich fünf oder sechs Songs aufgenommen wir haben ganz viel im Proberaum aufgenommen wir haben zum Funkhaus Nalepa Straße gehört hat bei den jetzigen Aufnahmen auch Moses Schneider gehört der Produzent mit dem wir schon ganz viele Schallplatten aufgenommen haben mit dem wir auch wieder gearbeitet haben ich weiß nicht haben Bernd und Thorsten in dem Podcast schon über die Produzenten geredet nee dann kann ich über die Produzenten reden ja oder wir machen das nächste Mal ein Produzent ist ein asiatischer Beruf wir sind halt heute so ein bisschen wir können wir können das eigentlich fast dann mal in einer nächsten Folge besprechen weil wir jetzt heute schon so ein bisschen aber wir haben voll die geilen Produzenten gehabt nicht nur Moses Schneider es kam noch andere dazu dazu andere mal mehr ja das ist dann wenn wir uns einfach das nächste Mal treffen genau sehen wir uns wieder danke dass ihr dabei wart vielen Dank danke jetzt habe ich meinen Podcast eigentlich damit rumgekriegt dass ich ein Funkhaus erklärt habe auch nicht schlecht das schreibt mal so in die Beschreibung Thomas Götz erklärt Funkhäuser Spotify YouTube iTunes dort überall gibt es diese Podcast Folgen wir haben noch einiges die Funkhaus Show die Funkhaus Show das ist ja noch lange nicht die letzte Folge wir werden uns immer wieder treffen nächstes Jahr kommt die Brubberaum Show das war heute auf jeden Fall Podcast wie nennen wir es eigentlich Podcast Thomas Götzschi Mac oder Podcast Thomas nennen wir es Podcast Thomas Podcast Thomas nennen wir die Folge wir sehen es ja eh nochmal wir sind ja schon durch es ist eine halbe Stunde schon durch schon weiter aber wir haben ja noch nächste Woche und so geht ja immer weiter also abonniert es einfach und dann werdet ihr es nicht verpassen wenn wir dann die Folge machen den nennen wir dann Podcast Produzent die so können wir eigentlich die ganze Folge nehmen ja genau wir können eigentlich die 23. Folge könnte der Produzent sein also in 2-3 Jahren sind wir soweit dann kannst du eigentlich den Moses Schneider der wohnt doch in Berlin ja wieso holen wir nicht Moses mal her kannst du mit bringst du mit ich frage Moses wir sollten den Moses den Moses Podcast machen finde ich auch ist eine gute Idee wie hieß nochmal das Ding unter der Sneer Schnarrseitenteppich und jetzt nachsprechend Schnarrseitenteppich vielen herzlichen Dank Leute macht's gut bis nächste Woche bitteschön tschüss I don't have the answer but I have a plan Z-B-Z-Z-T-E-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N Vielen Dank.